So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon Go bzw. Omas Pokémon Welt. Wer ist das denn? Das muss ich mir jetzt erstmal angucken. Das muss ich mal annehmen. Wer so heißt, der muss auch in meine Liste. Omas Pokémon Welt. Jetzt werde ich mal gucken nach Level 44 Team Rot mit einem Vesprit. Okay, nehmen wir mal mit. So, eine neue Folge Max out Monday, da hat mich die Oma komplett aus dem Konzept gebracht. Und wer jetzt denkt, na der Max doch bestimmt Mewtwo, weil es war doch jetzt Mewtwo Raid Wochenende. Selbst wenn er ein Shiny Krypto Max oder wenn er ein Hunderter erlöstes Max, was wir gesehen haben gestern im Ausbeute Video, dass eins da ist. Oder wenn er auch nur das beste Krypto Max, was er hat, mit 96% plus. Aber nein, es dreht sich heute nicht um Mewtwo, denn da muss ich euch erst noch das Ausbeute Video vom Tag 2 zeigen. Und das gibt es am Dienstag, weil heute ist ja Max out Monday, also ein festes Format, was ich heute mache. Ich habe aber im letzten Event gesehen, es gab was ganz Besonderes. Und das möchte ich jetzt hier mal reinpacken. Baldorfisch. Und der hat in der Hisui-Region eine Weiterentwicklung. Und die als 100% auf Level 50 habe ich nicht, weil ich auch bisher noch keinen Hisui-Baldorfisch hatte. Und das soll mein Titel-Pokemon für heute sein. Denn Regeln sind ja wie immer, ihr könnt Pokémon vorschlagen, die ich Maxen soll, eure Lieblings-Pokemon oder wenn ihr aufgepasst habt, was mir noch fehlt, dass ihr das vorschlagt. Und wenn ich ein 100%iges habe plus genügend XL, versuche ich das zu Maxen. Ich suche mir immer ein Titel-Pokemon aus plus 5 Vorschläge aus der Community, die ich dann immer zeige, die ihr in das letzte Max out Monday Video geschrieben habt. Und Baldorfisch ist sogar ganz besonders, den könnt ihr nicht einfach entwickeln. Ihr müsst erst mit dem als Buddy an eurer Seite 10 Raids gewinnen, 10 Raid-Kämpfe machen. Und dann erst ist der Entwicklungs-Button frei, erst dann könnt ihr entwickeln. Ich habe dieses 100er, weil ich das zuerst hatte, genommen und habe das einfach als Buddy rangepackt. Das möchte ich jetzt entwickeln, das muss kein Buddy mehr sein. Das muss nur als Buddy die 10 Kämpfe bestritten haben. Also das muss selber nicht mitkämpfen. Es muss aber als euer Buddy ausgewählt sein, während ihr 10 Raids macht. So, das ist die ganze Geschichte. Das ist ein Myriador und das wollen wir jetzt Maxen als allererstes Pokémon heute in der Folge auf 3330 WP. Okay, das sieht doch verdammt gut aus, oder? Habt ihr auch schon einen Myriador entwickelt? Wie findet ihr das Pokémon? Eine ziemlich geniale Weiterentwicklung. Adi, was ist denn? Was ist denn? Adi, Schatz, alles Gute? So, da muss aber noch der Level 50 Tag dran. Und Mewtwo wird es wahrscheinlich noch eine Extra-Folge irgendwann mal geben. Mit, was ich jetzt nun mache, mit den ganzen Erlösten oder mit den ganzen Kryptos oder mit den ganzen Chines oder mit irgendwas. Mewtwo wird uns noch ein bisschen beschäftigen, aber morgen erst mal Tag 2 Event ausbeutet. Jetzt aber gucken, was habt ihr denn vorgeschlagen? Eure Vorschläge waren, Balou sagt, Pi. Jetzt hat Mark natürlich vorgegriffen und hat gesagt, wir sollen mal... Gehen wir einfach mal Pi ein. Wir sollen mal alle Baby-Pokémon maxen zur Geburt des kleinen Habanero Hess. Jetzt habe ich ein Video gemacht, wo ich alle Baby-Pokémon gemaxt habe, wenn ich die entsprechenden XL hatte und ein Hunderter. Pi war da dabei. Bei den Entwicklungen von Pi, Pixi und Pipi, die sind aber auch schon auf Level 50. Können wir also nichts machen. Dominik sagt, wie wäre es mit einem Magnetilo? Magnetilo müssten auch eigentlich schon... Magnetilo. Obwohl Magneton sieht nicht aus, als wäre der gepusht. Also Magnetone ist auf 50. Magnetilo ist nicht auf 50. Magneton ist auch nicht auf 50. Auch wir machen einfach Magnetilo auf 50. Und das ist der erste Punkt aus der Community. Euer erster Vorschlag. Magnetilo mit 1540 WP. Kriegt jetzt auch den Level 50 Tag hier dran. So. 1540. Entwickeln nicht und hat jetzt mehr als das Magneton. Das heißt, wer schlau ist, schlägt fürs nächste Video Magneton vor. Aber die Tipps gebe nicht ich euch. Die gebt ihr mir. Jochen sagt Wulpix. Da steht noch eine Antwort dabei. Pummelow. Verstehe ich nicht. Er hat Wulpix gesagt. Deswegen gehen wir jetzt einfach auf Wulpix. Und ich glaube, bei Wulpix haben wir nicht mittlerweile alle jetzt fertig oder was? Wulnona ist als Kando und Alola jeweils fertig. Wulpix, ach mein Gott, ist beides nicht. Das heißt, wir können beides noch machen. Die Kando und die Alola Version. Und weil er nichts weiter geschrieben hat, nehme ich jetzt einfach das rote, komische, mach hier, Power Up auf 998. So, so sieht das doch gut aus. Kriegt auch den Level 50 Tag dran. Wulpix auch fertig. Hätte man natürlich das eigentlich maxen müssen, weil das hat ja ein Kostüm. Heißt jetzt wieder verschwitzt. Weil hier habe ich auch das mit Kostüm gemaxed. Hätte ich lieber mal das Weiße jetzt genommen für den Jochen. Und beim braunen dann das mit Kostüm. Ja, jetzt ist es zu spät. Tag ist dran. Level 50. Passt. Gehen wir weiter. Haben. Lil Coke sagt. Wulpix. Ach komm, wir maxen das andere Wulpix einfach jetzt auch, damit wir endlich mit Wulpix fertig sind. Ich kann es nämlich nicht mehr sehen. Überall diese Wulpixen. Auch 998. Da ist kein WP-Unterschied. Bei manchen ist das. Bei dem ist es nicht. So, 998. Und wenn ich irgendwann ganz viel Angeweile habe, dann kommt vielleicht das irgendwann auch nochmal. Oder wir verschicken es einfach, damit ihr gar nicht wisst, dass wir das überhaupt mal hatten. Hier oben ist ein Unterschied. 2577 zu 2610. Hier ist kein Unterschied. Wie kommt das? Was hat das zu sagen? Man weiß es nicht genau. Das war jetzt der dritte Vorschlag aus der Community. Zwei sind theoretisch noch offen. Frau Wöllner. Guckt, ob es ein Pfingstknabe wird. War schon davor. Feuerwehrfrau. Sagt Mauzi. Wenn wir bei Füchsen sind, kommen wir noch zu Katzen. Mauzi. Snowbilly Cat. Hammer. Beide Formen gemaxed. Das normale Mauzi. Hammer gemaxed. Dieses, äh... Ist das dann Gala? Das Alola Mauzi können wir auch maxen. Genau. Machen wir einfach jetzt hier. Sind wir damit auch fertig. Gibt es auch kein Mauzi mehr zum Frühstück. Hammer. 141 XL übrig. Level 50 Tag dran. 901 ist damit höher als das normale Kando. Und auch hier dieser Wasserkopf ist höher als das normale Kando. Ist er überall dran. 50. Überall der Level 50 Tag passt. Ein Vorschlag. Der fünfte von euch ist noch übrig. Feuerwehrfrau sagt, bitte Galerponita. Aber hat der Mauzi schon gepunktet. Also gehen wir weiter. Luca 3D Fische. Baldorfisch. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Haben wir den normalen Baldorfisch eigentlich schon gemaxed? Das ist Baldorfisch. Der ist schon gemaxed. Wollen wir den besonderen noch maxen? Können wir nicht. Weil wir keine XL haben. Sehe ich gerade. Also geht nicht gut. Aber wir haben den Myriador ja gemaxed für ihn. Anja Kornpropst. Ich nehme Reislaus. Jetzt muss man mal gucken. Reislaus. Reitektas ist gemaxed. Reislaus ist nicht gemaxed. Können wir aber maxen auf 567 WP. Damit ist der auf jeden Fall fertig. Und damit sind eigentlich alle Vorschläge fertig. Es waren auch heute gar nicht so viele. Der Benjamin kommt wie immer zu spät. Grüße gehen raus. Jenna ist traurig. Sagt Aquana. Und Marc hat nochmal den Vorschlag gemacht mit der super besonderen Extra-Folge. Das war die heulige Folge Max out Monday. Wenn euer Vorschlag nicht dabei war, schreibt die nochmal unter dieses Video. Wenn ihr neue Vorschläge habt, schreibt die nochmal unter dieses Video. Und jetzt will ich nochmal gucken, woher die Oma kommt. Achso, die stand ja schon direkt hier. Omas Pokémon-Welt aus Wiesbaden, Hessen, Deutschland. Ist jemand zufällig mit Omas Pokémon-Welt befreundet? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Bis dahin. Bis dahin.